Hallo Leute, in meinem heutigen Video geht es darum, wie ihr Suppen und Soßen ganz einfach abbinden bzw. eindicken könnt. Viel Spaß beim Zuschauen! Suppen oder Soßen schmecken am besten, wenn sie auch die richtige Konsistenz haben. Deswegen möchte ich euch heute ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie ihr eure Suppen oder Soßen eindicken könnt. Da wäre zum einen der Soßenbinder, der lässt sich sehr sehr einfach verarbeiten, den gibt es in hell oder dunkel und man rührt ihn einfach in die kochende Flüssigkeit ein, bis man die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Bei dem dunklen Soßenbinder erreicht man sogar, dass die Soße noch ein bisschen an Farbe gewinnt, falls sie nicht genug Eigenfarbe hat. Und der Soßenbinder selber ist eher geschmacksneutral, das heißt eure Suppe oder Soße verändert den Geschmack dadurch nicht. Als nächstes die Speisestärke. Die ist auch relativ bekannt zum Abbinden von Suppen und Soßen. Nur zu beachten wäre, dass man sie vorher mit kaltem Wasser anrührt und erst dann in die Suppe oder Soße gibt. Beim Aufkochen kann man dann feststellen, wie dick oder wie dünn die Soße ist und dann entsprechend eben nachdosieren. Als Richtwert würde ich sagen so 40 Gramm auf den Liter, aber je nachdem was die Suppe oder Soße vorher schon für eine Konsistenz hat, ist das eher ein Richtwert und kein festgelegter Wert. Auch die Speisestärke ist geschmacksneutral, das heißt sie gibt keinen eigenen Geschmack ab, sondern bindet einfach nur. Als nächstes die Mehlbutter bzw. Ruh. Wenn ihr die Butter im Topf heiß macht und Mehl dazu gebt, dann habt ihr eine Ruh. Ihr könnt das allerdings auch sehr schön kalt machen. Wenn ihr nämlich eine heiße Soße habt, dann müsst ihr das Ganze kalt dazu geben. Dafür verwendet ihr am besten entweder Butter oder Öl und gebt das dann ins Mehl, rührt damit sozusagen eine dicke Paste an und die könnt ihr dann mit unter die Soße rühren und habt dann eben die gewünschte Dicke. Da zwischen 40 und 60 Gramm Mehl und die entsprechende Menge dann Butter dazu und so habt ihr dann eben auch die gewünschte Bindung. Allerdings ist darauf zu achten, dass das dann etwa 10 Minuten köcheln sollte, ansonsten habt ihr so einen unangenehmen Mehlgeschmack und das vermeidet ihr eben, wenn ihr es mindestens 10 Minuten kochen lasst. Und dann auch darauf achten, es neigt dann leicht zum Anbrennen. Als nächstes, gerade für Suppen, wäre eine Legierung. Das ist eine Mischung aus Sahne und Eigelb. Etwa 2 Eigelb und 100 Milliliter Sahne auf 1 Liter. Das kommt in die heiße Suppe rein. Allerdings die Suppe einmal aufkochen, vom Herd nehmen und dann eben die Mischung, die Eier- und Sahne-Mischung einrühren und danach nicht mehr aufkochen lassen. Sonst flockt das Ei aus und das sieht dann auch nicht mehr so schön aus. Also zum Suppen und Soßen danach wieder aufwärmen, würde ich die Variante eher nicht empfehlen. Allerdings zum Vollenden ist sie sehr, sehr gut und geschmacklich wirkt sie eher unterstützend, aber gibt jetzt auch nicht wirklich einen starken Eigengeschmack ab. Als nächstes das Tomatenmark. Tomatenmark gibt einen sehr, sehr starken Eigengeschmack ab. Deswegen würde ich es nur für entweder Tomatensuppe, Tomatensauce oder eine Gemüsesuppe empfehlen. Da kann man das sehr gut verwenden. Das Tomatenmark lässt sich auch sehr einfach verarbeiten, einfach dazugeben, umrühren, eventuell noch aufkochen lassen. Das würde sogar auch im nicht mehr kochenden Zustand abbinden. Als nächstes kommen wir zum Püri-Pulver. Das Püri-Pulver lässt sich auch sehr, sehr einfach verarbeiten. Man gibt es einfach in die kochende Suppe dazu und dann merkt man schon, wie stark es bindet. Also wenn es so eine Minute lang köchelt, dann merkt man, wie stark die Bindung ist und kann dann eben entscheiden, ob man noch was nachgibt. Nur am Anfang eher sparsam dosieren und dann nachgeben, weil rausnehmen ist schwierig. Sonst muss man es am Ende wieder verlängern und das würde dann den Geschmack der Suppe eventuell zerstören. Da das Kartoffelpüri-Pulver schon einen Eigengeschmack hat, beziehungsweise gewürzt ist, wirkt es eher unterstützend für eine Suppe. Als nächstes kommt Butter. Mit Butter kann man gerade Soßen sehr schön aufmontieren. Die kriegen dann richtig schönen Glanz und eine leicht sämige Bindung. Die Butter unterstützt den Eigengeschmack der Soße noch. Durch den hohen Fettanteil kommt dann eben auch der Eigengeschmack sehr gut zur Geltung. Also, als nächstes kommen wir zum Gemüse. Bei Gemüsesuppen oder auch bei Soßen, bei denen man das Gemüse vorher anständig geputzt, beziehungsweise geschält hat, kann man das Gemüse, den Lauch, die Sellerie, Möhren, die Zwiebeln, alles direkt durch den Sieb mit der Soße passieren und kriegt dadurch schon von sich aus eine sehr, sehr schöne Bindung. Es erinnert mehr an eine Omasoße, weil da noch Stückchen drin sind, aber gerade bei einem schönen Schweinebraten ist das richtig lecker. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Suppe oder eine Soße etwas einreduzieren zu lassen. Also gerade, wenn nur noch ein bisschen Bindung fehlt und der Geschmack noch nicht so ist, wie man ihn gerne haben möchte, kann man die Suppe oder Soße auch etwas einreduzieren lassen. Und dadurch wird eben auch der Geschmack stärker und die vorhandene Bindung wird etwas verstärkt. Gerade bei Sauerbraten ist es sehr bekannt, aber auch bei anderen deftigen Soßen, da kann man Paniermehl, beziehungsweise Graubrot oder Schwarzbrot verwenden zum Abbinden der Soße. Das gibt einen sehr, sehr intensiven Eigengeschmack zusätzlich. Aber gerade bei kräftigen Braten oder auch einem Rotweinbraten, einem Burgunderbraten, gibt es so eine Scheibe Brot einen richtig kräftigen Geschmack. Die Soße dann danach entweder durch passieren oder mit einem Stabmixer gerade aufmixen. Das unterstützt den Eigengeschmack der Soße unwahrscheinlich. Und zu guter Letzt könnt ihr Suppen und Soßen auch mit Schmand oder saurer Sahne etwas abbinden. Das gibt eine schöne cremige Konsistenz, unterstützt den Eigengeschmack und ist somit eigentlich auch sehr, sehr gut geeignet, um Suppen und Soßen abzubinden. So, das waren jetzt meine Tipps und Vorschläge, wie ihr eure Suppen und Soßen abbinden könnt. Wenn ihr auch noch Vorschläge habt, dann schreibt sie mir am besten unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr auch in Zukunft keines dieser Videos verpassen wollt, dann würde ich euch empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Dann werdet ihr regelmäßig benachrichtigt, wenn ein neues Video auf meinem Kanal ist. Und damit beende ich das Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen.